Die fünf grundlegenden Designprinzipien von IOTA bilden die Grundlage für eine wirklich demokratische und autonome digitale Zukunft. Dies gibt Ihnen volle Kontrolle über Ihre Daten und ein robustes Framework zum Aufbauen. Prinzip 1. Zugänglichkeit Mit zugänglichem Schreiben können Sie Ihre eigenen Blöcke zur Ledger hinzufügen, ohne warten und jemand anderem bezahlen zu müssen. Prinzip 2. Parallelismus Sagen Sie Engpässen mit paralleler Verarbeitung lebewohl, die sicherstellt, dass mehrere Blöcke gleichzeitig verarbeitet werden können. Prinzip 3. Volumen und Geschwindigkeit Ein hohes Volumen und eine hohe Geschwindigkeit bedeuten, dass das Netzwerk eine große Anzahl von Transaktionen bewältigen und schnelle Bestätigungszeiten beibehalten kann. Prinzip 4. Soziale Dynamik Das Protokoll wird reale soziale Interaktionen durch den Einsatz von Account-basierten digitalen Identitäten replizieren. Sie haben eine einfache Kontrolle über Ihre Vermögenswerte und digitale Identität. Prinzip 5. Nachhaltige Token-Ökonomie IOTA ist so konzipiert, dass sie die Wertabschöpfung verhindert und das langfristige Engagement für das Ökosystem fördert. Der Besitz von IOTA-Token über Zeit garantiert gebührenfreien Zugang zum Netzwerk. Diese fünf Prinzipien stellen sicher, dass sie bei der Verwendung von IOTA 2.0 Teil eines sicheren und demokratischen Netzwerks sind, das Ihre Autonomie priorisiert.